Hallihallo Freunde und willkommen zu einer weiteren Runde Fall Guys. Wir suchen auch direkt schon eine Runde, ihr solltet das Spiel schon kennen. Wir dürfen einfach nur nicht runterfallen und wir dürfen nicht als letzter in die Zielinie laufen. Sonst werden wir rausgeschmissen und das wollen wir natürlich nicht. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, drückt rechts auf die Glocke, Leute, damit ihr total E-Kam ihr werdet. Und jetzt gleich sollte die Runde auch schon losgehen. So, die erste Runde ist Torhunger, heißt das. So, da gibt es Türen, die zu und die hoch und runter fahren. Die müssen wir ausweichen, müssen die richtigen Türen nehmen und dann müssen wir hier zur Zielinie. Und es geht los, wir sind, wo sind wir? Wir sind ganz hinten, das ist gemein. Okay, und los geht's. Wir sollten durch die Mitte laufen, glaube ich. Oh, das schaffe ich, glaube ich, doch, das schaffe ich noch. Okay, wir laufen, wir bleiben hier, wir bleiben hier, wir bleiben hier. Ja, das war gut. Wir gehen durch die Mitte, durch die Mitte, durch die Mitte. Nein, die ist zugegangen. Aber wir schaffen es trotzdem, wir gehen hier hin. Geht der noch auf? Der geht, ja, der geht auf. Super, 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 super. Ah, die sind aber alle ganz schön schnell. Ja, wir haben es gerade noch so geschafft, habt ihr das gesehen? Okay, dann gehen wir durch hier. Yes, wir haben es geschafft. Und Zielinie. Wir sind qualifiziert für die nächste Runde. So, die Runde ist vorbei, die sind alle rausgeflogen. Jetzt sieht man hier, wer alles rausfliegt und wer noch dabei ist. Das sind wir. Boah, so viele Leute sind rausgeflogen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind im grünen Feld. Wir fliegen nicht raus. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt für ein Minigame kommt. Ein Teamspiel oder wieder eins, wo man laufen muss? Jetzt bin ich wirklich gespannt. Und es ist... Welches ist es? Es sind so viele coole Minispiele. Oh nein, das ist eins der schlimmsten. Die Wippen. Oh oh. Das ist wirklich ganz schwierig. Weil die Leute da einen zum Runterfallen bringen können. Und wir sind schon wieder ganz hinten. Das ist unfair. Und los, 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 los. Wir laufen hier außenrum. Oh nein. Hier. Oh Gott. Wir müssen nach oben. Und direkt nach oben. Oh nein. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Oh nein. Das war ein Fehler. Jetzt ist das hier hoch. Oh nein. Jetzt muss ich hier warten. Doch nicht. Es klappt. Und hier durch die Mitte. Und hier rüber. Ah, passt das noch? Ja, das passt perfekt. Das machen wir. Hupp. Oh nein. Oh oh. Jetzt wird es eng. Nein. Ich habe es nicht geschafft. Das war auch wirklich ein bisschen schwer. Oh nein. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Wir sind schon zu spät. Und hier rüber. Und hier rüber. Aufs gelbe. Oh oh. Das ist zu steil. So. Und hier rüber. Doch, wir können es schaffen. Wir sind noch gut dabei. Hinter uns sind noch ganz viele andere. Okay. Wir laufen hier rüber. Dann. Oh mein Gott. Das ist aber ganz schön. Ei, 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 ei. Okay. Passt das? Oh nein. Lauf drüber, lauf drüber, lauf drüber. Oh nein. Das Pinke. Da haben es schon Leute geschafft. Oh mein Gott. Oh nein. Ich schaffe es nicht. Das ist so dumm. Los, 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 los. Rüber, rüber, rüber. Aufs blaue. Oh nein. Was ist denn hier wie die Lila denn los? Gar keine Chance. Jetzt. Ja, wir können es vielleicht noch schaffen. Und. Komm schon. Ja, wir. Nein. Nein. Wir sind ganz knapp rausgeflogen. Das war wirklich schwer, die Runde. Ach, raus. Wir haben verloren. Schade. Schade, schade, schade. Ganz knapp verloren. Wir spielen aber noch eine Runde, Leute. Auf jeden Fall. Wir spielen das Hindernisrennen. Wir müssen einfach nur zur Ziellinie laufen. Und zwar, hier müssen wir lang balancieren. Wir dürfen hier nicht runterfallen. Und dann müssen wir hier an den Kreisen vorbei. Okay, hier sind wir. Wir sind schon wieder ganz hinten. Wir sind immer ganz hinten. Okay. Dann gehen wir hier durch das Blaue. Okay. Wir dürfen nicht runterfallen. Natürlich fallen wir runter. Aber hier fällt, glaube ich, fast jeder runter. Deswegen ist das nicht so schlimm. Da ist der Rote schon erst da. Oh, oh. Das wird eng. Aber wir schaffen es. Wir laufen einfach mit denen durch. Ja. Und, ist das offen? Schnell, 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 schnell. Oh, ich hatte es fast geschafft. Uh, da hat es einer geschafft. So, wir müssen hier den riesigen Kugeln ausweichen. Bopp. Oh, war das knapp. Da bin ich ganz schnell noch durchgekommen. Wir sind einer der ersten, Leute. Und, schnell, schnell, schnell. Und, yes. Qualifiziert. So, was ist mit den anderen? Oh, oh. Das ist knapp. Schafft der es? Und, der schafft es. Da ist einer gesprungen. Der hat nichts gemacht. Okay. Wir sind wieder hier da. Und wir sind auch im grünen Bereich. 39 sind übrig. Yay. Und wir sind einer davon. Ich bin mal gespannt, was jetzt für eine nächste Runde kommt. Mal sehen. Was kommt jetzt für ein Spiel? Welches kommt denn jetzt? Es gibt so viele. Ah, den Schleimkraxler. Da müssen wir einfach hochlaufen. Und dem Schleim, der immer höher kommt, ausweichen. Okay. Laufe vor dem Schleim davon und erreiche die Ziellinie. Das kriegen wir hin. Und hier ist es ganz gefährlich. Wenn man einmal runterfällt, ist man für immer weg. So. Wir haben es geschafft. Hier warten. Dann direkt hoch. So. Den Bällen ausweichen. So. Wir gehen am besten hier rum. Es ist leichter. Dann warten wir. Oh, oh. Oh, ein Zapp. Wir sind einer der besten drei, Leute. Oh, Gott. So. Hier einfach rüberlaufen. Das ist eigentlich einfach. Wir laufen hier rum. Oh. Ah. So. Oh, da muss man springen. Oh, nein. Das habe ich jetzt ver... Ver... Nein. Was ist denn hier los? Oh, mein Gott. Ich bin da tatsächlich runtergefallen. Wie kann man so ein Pech haben? Ich bin der größte Pechvogel. Nein. Wir waren so gut dabei. Und dann habe ich vergessen, dass man da springen muss. Und dann bin ich runtergefallen. Wie dumm ist das denn? Leute, wollt ihr mehr Fall Guys sehen? Dann spüre ich noch eine Runde. Aber erst beim nächsten Mal. Deswegen abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video. Und tschüss, Freunde. Tschaui. Tschüss.